ja hallo leute hier ist der siby und ja es ist wie folgt es ist heiligabend in deutschland in amerika und england glaube ich ist es ja erst am 25 sind wir alle wissen und ja wie ihr seht ich stehe hier im stau nein ich stehe hier im shop ich habe etwas verkauft und zwar eigentlich darum geht es ja gar nicht ich möchte einfach bevor ich euch gar keine grüße ausrichte möchte ich euch ein ja frohe weihnachten wünschen entspannende ja schöne weihnachtstage mit der familie und ja während andere spielen war ich gerade noch auf arbeit und bin schnell nach hause geflitzt gefahren eher gesagt und ja ich werde jetzt auch gleich zu meinen eltern fahren und ja da auch weihnachten müssen ausgelassen und dann die nächsten tage auch damit verbringen und ja ich möchte mich auch an dieser stelle bedanken für die zahlreichen kommentare views aber neuen zu neu dazugekommenen abonnenten und ja ich möchte auch vorweg gleich sagen ich möchte auch gerne euch aufgrund dessen bei dieser channel dieser kanal schon zwei jahre existiert möchte ich euch gerne etwas schenken und zwar ich möchte gerne dreimal jeweils zehn euro passive karten oder dreimal oder irgendwie also zwischen nintendo nintendo e-shop xbox live store psn store und passive karten oder steam kann wie auch immer der gewinner sie entscheiden wird weil die gewinnen näher entscheiden werden wird es halt jeweils geben und insgesamt dann für jeweils dreimal zehn euro und das möchte ich gerne machen an dieser stelle also ich denke mal bis ende des sie ja also ihr habt dann zeit bis zum 31.12 und ja ich schreibe mal einfach in der beschreibung was genau abgeht und ja ich kann es ja schon sagen also am besten ersten wer auf jeden fall worüber ich mich freuen würde wäre das video liken abonnent und die und der klingel besitzer oder aktiviere aktivieren wäre auch vom vorteil oder wenn jemand dazu kommt das bescheid und lasst doch einfach mal einen kommentar da gleich was aus schreibt irgendwas schönes worauf ihr gerade lust habt was euch gerade einfällt und ja das ganze wird ja durch ein zufallsprinzip entschieden oder ich ziehe wieder karten wer weiß das schon ja an dieser stelle möchte ich mich noch an dieser stelle bedanken ja wie gesagt das gewinnspiel läuft dann bis zum 31.12 drei leute es gibt drei gewinner und ja vielen dank noch mal und ja wir sehen uns dann noch mal live aktuelle videos kommen denn im neuen jahr ich habe es ja nicht vorher geschafft und ja und die let's up serie wird dann auch habe ich mir entschlossen jetzt nächstes jahr pro woche zwei zwei videos mindestens zwei videos sollen dann kommen ich hoffe ich schaffe das alles und ich hoffe dass ich doch nächstes jahr irgendwann vielleicht die 500 abonnenten knacke oder dauerhaft immer 300 zuschauer views bekomme da würde ich mich auch drüber freuen und nächstes jahr möchte ich auch gerne streamen ja das soll ein kleines informationsvideos gewinnspiel ankündigungsvideos sein also falls ihr den shop seht guckt einfach rein vielleicht seht ihr was gutes euch interessiert aber ihr wisst ja schon was ich verkaufe nichtsdestotrotz würde ich euch nochmal an dieser stelle frohe weihnachten genießt die tage und ja rutscht guten jahr kann man ja auch mal wünschen ist ja auch bald ne also macht's gut bis dann euer sippi